Ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Samantha Beaumont, Leiterin des Mondlizensierungsprogramms bei der Global Union. Es gibt viel zu besprechen, aber zunächst möchte ich Ihnen Adam vorstellen. Eingehende Nachricht. Danke für Ihre Teilnahme am Mondlizensierungsprogramm. Das Programm schreibt vor, dass Ihre Unternehmen funktionsfähige Raumhäfen als Basis für eine neue Mondkolonisierungswelle baut. Sie werden die Global Union ferner bei der Entwicklung eines Fusionsenergie-Reaktors unterstützen, um die bevorstehende Energiekrise auf der Erde zu verhindern. Die Global Union wünscht viel Erfolg. Offiziell sind nur Megakorps im Programm zugelassen, aber ich habe mich persönlich für Sie eingesetzt. Sie müssen sich nur noch mit dem Namen Ihrer Firma anmelden. Danke. Aber ich muss auch Ihr Firmenlogo sehen. Zum Zwecke der Identifizierung. Meine Vorgesetzten in der Global Union haben Ihnen gegenüber Bedenken geäußert. Aber ich habe Sie überzeugt. Sie sind sogar willens, Ihnen erstklassiges Gebiet für Ihr Hauptquartier zuzuweisen. Wählen Sie ein Sektor. Eine betterene. Ja. Ja. Nein. Ja. Jungs als Bunny. Fast fertig. Wir müssen nur noch die Bedingungen des Vertrags mit der Global Union aushandeln. Alle Einzelheiten festklopfen. Die Global Union hat Ihnen ein Gebiet in der gemäßigten Zone der Erde zugewiesen, wo Sie einen Raumhafen und eine Operationsbasis errichten können. Der Bau eines Weltraumaufzugs zum Hauptquartier der Global Union ist ebenfalls erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Kontaktperson. Weite Wiesen und majestätische Berge. Und bald werden Sie dieses Bild mit einer beeindruckenden Skyline ergänzen. Unter uns gesagt, die Union ist beeindruckt vom Wachstum Ihrer Firma. Kaum überraschend, dass sie sich für so einen großen Sektor entscheiden. Aber eins nach dem anderen. Das Protokoll verlangt, dass Sie hier zunächst einen Raumhafen in Betrieb nehmen. Die Baustelle des Raumhafens an der Küste ist immer noch unbesetzt. Aber sobald Sie die nötigen Unterkünfte gebaut haben, werden Ihre Bauarbeiter eintreffen. Die Baustelle des Raumhafen Gibt's Arbeit? Wir sind bereit. Gibt's Arbeit? Wir sind bereit. Organische Nahrung wird von vielen Megakorps als unnötiger Luxus eingestuft. Schön, dass Sie die Meinung der Union teilen. Wie zu mir дело? Wir sind bereit. Hoffentlich hilft Ihnen das weiter. Gut, das Fehlen von Baumaterial sollte jetzt kein Problem mehr darstellen. Bauoptionen erweitert. Gut. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So einen wichtigen Gast hatte ich schon lang nicht mehr. Was möchten Sie von mir? One's up! Neue Baupläne verfügbar. Neue Baupläne verfügbar. Neue Baupläne verfügbar. Eine große Bandbreite an Informationsdiensten. Damit könnten Ihre Angestellten ihre Interessen und ihre Fertigkeiten weiterentwickeln. Administratoren stehen zur Verfügung. Administratoren stehen zur Verfügung. Das Programm erfordert, dass Sie Ihre Stadt über den Weltraumlift mit der Raumstation der Global Union verbinden. Bislang setzen nur Megacorps wie die Big Five so eine Technologie ein. Aber Sie haben sicher auch das Potenzial dazu. Verhältnisse sind die gleiche Aye. Annihungen zu verabschieden. Annihungen zu verabschieden. Annihungen zu verabschieden. Bislang werden in einer Staunen die sich schon nachher vwrot. Annihungen zu verabschieden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Firmenaktien steigen Gut, Sie haben die Komponenten für den Lift beisammen. Für das Liftkabel sind jedoch spezielle Materialien nötig, die Sie nicht herstellen können. Aber ich lasse sie liefern. Achtung! Arbeitskräftemangel verlangsamt Produktion. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020